hallo leute und willkommen hier bei me apple cat apple hat es mal wieder getan sie haben sofort ein update hinter dem eigentlichen großen update raus gehauen und das könnt ihr finden unter den einstellungen allgemein software update und dann ja dauert es ein klein wenig bei mir hat sie ein bisschen lange gesucht aber dann wurde es gefunden ios 15.0.1 kann jetzt heruntergeladen werden und das ist so was wie so ein kleines notfall update nach dem eigentlichen großen denn es gibt so ein paar problemchen die hier gelöst werden müssen und ich zeige euch mal welche drei probleme da ist der dritte hier bei dieser software dann jetzt in den griff bekommen werden sollen wir gehen dafür mal in die einstellungen denn der erste fehler den gab es bei der speicherplatz anzeige wir können ja unter allgemein gehen iphone speicher und uns dann hier den speicherplatz anzeigen lassen und hier gab es wohl des öfteren mal probleme das schon gemeldet wurde dein speicherplatz ist voll auch wenn der noch gar nicht so voll war also meiner ist leider schon ziemlich voll aber wie gesagt da gab es fehlerhafte anzeigen wenn massig speicherfrei war dass da schon die meldung kam dein speicher ist so gut wie voll also diese fehlmeldung oder fehlermeldung die soll damit verschwunden sein dann gab es noch einen kleinen bug und zwar bei den gesundheitsdaten beziehungsweise wurde dort so ein meditationstraining automatisch irgendwie gestartet bei einigen also das problem hatte ich jetzt nicht aber das war wohl auch so ein kleines problemchen gewesen und das soll hiermit auch der geschichte nun angehören und als letztes und größtes update hier geht es um die apple watch und die iphone 13 modelle und zwar dass das entsperren mit der apple watch nicht geklappt hat wenn man eine maske getragen hat ihr könnt ja unter dem punkt face id und code den punkt auswählen hier unten ist er moment hier da war es mit apple watch entsperren und genau das wird getan wenn face id erkennt dass sie eine gesichtsmaske tragt und habt eure apple watch mit dem iphone verbunden über bluetooth und dann wird eben mit der apple watch quasi euer iphone entsperrt ist eine coole funktion funktioniert meistens auch sehr gut da bin ich immer richtig froh mit wenn ich in der bahn bin und ich kann das dann so machen ohne ständig meinen code eintippeln zu müssen und genau das hat bei den iphone 13 modellen nicht funktioniert also da gab es ein problem das wurde dann hiermit behoben oder sollte zumindest behoben sein oder siri da weiß ja auch keine antwort drauf aber apple sagt ja und das wäre es auch schon gewesen das ist das update hier auf ios 15 punkt 0.1 ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen gerade die kleinen updates die hinterher geschossen werden die sind immer ja gute kleine bug fix updates und man kann jetzt sagen es nervt mich dass apple hier ständig updates bringt man kann aber auch sagen sie kümmern sich um die probleme eine sache habe ich noch one more thing ich habe den kickbench laufen lassen bei dem iphone 12 pro max sind das 1596 im single core score und 4157 im multi core score ich kann euch jetzt hier keine große historie anbieten da ich das hier noch nicht viel gemacht habe mit dem 12 pro max unten drunter die werte das sind alles vom iphone 10 natürlich viel niedriger aber wir schauen an der zukunft immer mal wieder rein so das wäre es gewesen ich bedanke mich fürs zusehen muss jetzt noch ein geschenk einpacken meine mama hat geburtstag heute und sage tschüss und bei bis zum nächsten mal macht's gut